Sehr geehrte Damen und Herren, hier sehen Sie unseren Arbeitsplatz. Das ist die Maschine. Hier unten kommen dann die fertigen Vichys raus. Hier werden die Boxen gebastelt und gelabelt. Und hier sehen Sie das Label. Das Label der Box. Sehr interessant. So, des Weiteren sehen Sie hier unseren Arbeitsplatz. Der zweite Tisch ist der Tisch, wo ich heute zehn Stunden gestanden habe. Entschuldigung, elf Stunden. Und ansonsten gibt es hier auch ganz viel zu sehen. Sehr interessant, aber sehr stupide und mehr oder weniger langweilig.